Ihr grüßt sich, die Top 5 der Paarberatungstipps, die euch direkt in die Hölle bringen. Darum soll es heute gehen, denn hier habe ich bei Blinkist ein typisches Paarberatungsbuch gefunden. Und da sind wir natürlich wieder die Crème de la Crème, denn wie soll es auch anders sein? Die offene Kommunikation natürlich. Ein Klassiker, warum gerade hier dann die Beziehung schneller auseinander geht. Die Top 10 diesbezüglich, habe ich euch ja schon mal zusammengefasst, auch gerne nochmal hier oben. Aber das lesen wir dann eben hier. Leben heißt Beziehungen und Beziehungen heißt Dialog. Da unten dann die Kernaussage. Du kannst ja also merken, dass dein Glück von deinen Beziehungen abhängt, die wiederum durch einen gelungenen Dialog entstehen. Und das ist ja dann, dass man da spricht und so seine Bedürfnisse verbalisiert und halt alles benennt. Aber da gibt es halt doch einige Diskrepanzen, weil wenn du bestimmte Dinge aussprichst, wird es ja von der weiblichen Selektion, von der Hypergamie als teilweise unattraktiver angesehen. Und sie verliert die Anziehung, wie wir ja schon oftmals gesagt haben, ja. Wie wir später auch noch mehr sehen, ja. Dieses übermäßige Schwäche zeigen, diese Verletzlichkeit, die ja angeblich so stark ist, wenn es die Männer machen, ist doch schon ein stärkerer Abturn. Und deswegen muss man ja hier auch im Punkto gelungenen Dialog viel mehr mit einbeziehen, dass es ja darum geht, was man nicht sagt. Was der Mann dann im Verhalten zeigt, indem man dann hier wieder neue Anziehung aufbauen kann. Denn sie sagt so, ich, du, wir, Dialog im Dreieck. Weiter lesen wir hier. Wir können also zusammenfassen, das Prinzip des guten Dialogs basiert auf einem Dreieck zwischen ich, du, wir. In dem Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Das ist ja auch immer lustig, ne. Wenn man da sagt, ja, Beziehungen, ja, es geht nur ums Geschäft, dass man zumindest das als Faustregel sieht, wird dann oftmals abgedacht, oh, die sehen menschliche Beziehungen, diese bösen Redpiller nur als ein Tauschgeschäft. Obwohl wir es ja dann hier auch lesen, ne. Weil solche Heuristiken sind natürlich dafür da, dass man sieht, okay, gebe ich jetzt mehr, als ich dafür bekomme in diesem Tauschhandel? Weil man dadurch ja genau das dann für sich herausfinden kann, okay, bin ich mit einem Energievampir vielleicht zusammen? Und so weiter und so fort. Darum geht es doch hierbei. Damit kommen wir weiter zu den großen fünf des guten Dialogs. Sie heißen Interesse, Offenheit, Empathie, Augenhöhe und Liebe. Und da gibt es aber doch leider, wie vorhin schon angeschnitten, ein paar Diskrepanzen. Denn wenn du als Mann zu schnell dein Interesse raushaust oder zu schnell das Wort mit dem L aussprichst, ach, ich bin so verliebt, Schatzi, und die Frau noch überhaupt nicht das Level an Investment hat, noch nicht die Weltenaufgabe erfüllt wurde, wumm, 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 dann hat sie ja gar nicht diese Investition. Nun, in Anbetracht der aktuellen Metaebene muss man auch noch die vielen Optionen, die sie ja noch haben, über die Wurstanlage, Tinder, Instagram und Co. mitbeleuchten. Deswegen muss man, wenn man hier erfolgreich sein möchte, vorsichtig sein, wie schnell man hier als Mann seine Emotionen raushaut, wie viele von euch bestimmt auch selber schon erlebt haben, dass Frauen, wie man ja auch hier in der Litanei des ewigen Hasses sehen können, zu Männern hingezogen sind, deren Gefühle im Unklaren sind, er liebt mich, er liebt mich nicht, das ist ja diese Spannung, diese emotionale Achterbahn, was hier eben so spannend ist. Und das muss man ja immer wieder mit einbeziehen in diese ganzen Geschichten. Oder auch hier, ja, Frauen finden die Nice Guys eher nicht so spannend, ja, die Effekte von männlicher Dominanz auf die Attraktivitätsbewertung von Frauen und auch nochmal sehr spannend, um da diesen Kontext nochmal aufzumachen, dass Frauen zwar immer sagen, ja, ja, oh, sei offen und so weiter, aber die wollen das ja schon von dem Mann, den sie intrinsisch attraktiv finden, der ja das Aussehen hat, den Status, die Sozialkompetenz und all diese Dinge, die Frauen intrinsisch scharf finden. Und der soll dann bitte das Interesse zeigen, aber weil der implizit mitschwingt, was nicht ausgesprochen wird, dass die Frau diesen Typen ja schon heiß findet. Deswegen immer im Hinterkopf behalten, wenn man Frauen nach Datingtipps fragt, was man eh nie machen sollte, weil man fragt ja nicht einen Fisch, wie man einen Fisch fangt, sondern einen Fischer, dann sagen sie einem, ja, er soll offen sein, er soll nett sein und so weiter. Aber was sie nicht sagen und was sie meistens auch nicht selber schneiden, ist, dass sie dabei ja schon diesen ultrahochstatus, hochattraktiven Mann im Hinterkopf haben, dass der dann nett zu ihnen ist. Und auch hier sehr tödlich dann in der Partnerbeziehung, wenn die Anziehung schon nachgelassen hat, dass man anstatt dann schaut, okay, ja, jetzt mag ich, dass es wieder klappt, ah, da bin ich doch offener, bin ich noch mehr an ihr interessiert, dass das ja dann gerade das ist, was dann die Beziehung beendet, wird, weil sie dann merkt, oh, verdammt, den Typen habe ich in der Tasche. Und das sehen wir ja auch hier, ja, wenn wir schauen in der Evolutionspsychologie, attraktive Frauen wollen alles. Gute Gene, wirtschaftliche Investitionen, Erziehungsneigung und emotionales Engagement sind schon wichtige Sachen. Aber das sind ja die Beta-Versorger-Aspekte, die aber nicht intrinsisch attraktiv sind, wie die guten Gene oder sozioökonomischer Status. Und das wird dir kaum einer in der Paartherapie sagen, dass wenn du als Mann wieder interessant werden willst, dann fokussierst du dich auf dein Aussehen. Muskeln ist ja hier ein starker Prädiktor für die Partnerwahl und vor allem Sozioökonomie, dass man mehr sozial nach außen geht, dass man auf die Leute zugeht, dass sie merkt, ah, der ist auch von anderen Frauen gewollt. Weil genau diese sogenannte Pre-Selection oder auch Female-Mate-Choice-Copying ist ja dann wieder, was Anziehung nach oben katapultieren kann. Aber das sagt dir doch kein Paartherapeut, weil die ja diese Sperre der politischen Korrektheit haben, ja. Die sagen dann genau das, was wir gerade gelesen haben im Vergleich zu dem. Pass auf, jetzt muss ich dich jetzt hier, nehme ich die mal zur Seite, weil die Frau möchte, dass es einfach so ist, dass es einfach so passiert ist, habe ich euch auch immer hier beleuchtet, ja, dass dem Mann eben das nicht gesagt werden muss, dass das so ist, weil du willst ja auch nicht jemandem sagen, ach, komm, lieb mich doch mehr, dann zählt das ja nicht. Und so ist es ja dann auch hier, dass die Beziehung eben erst dann wieder gelingen kann, wenn er wieder zu dem alten Ich ist, in dem er sich ursprünglich verliebt hat, ja. Besseres Aussehen, mehr sozioökonomischen Status oder das Potenzial dahinter, dass er wieder einem Ziel hinterher hat, das größer ist als er selber. Aber das ist ja das Geile, wie gerade gesagt, das würden die ja niemals sagen. Oder lesen wir mal weiter auf der Seite 2, auch ein Knaller, hier oben mit Offenheit die Elefanten ansprechen, als ob du dich da hinstellen kannst und sagen, ja, zur Frau, du, ja, Bischob ist ein Elefant jetzt geworden, weil sie 30 Kilo, weil sie 20 Kilo zugenommen hat. Auch total feminininkorrekter, würde die Welt explodieren, wenn du sowas hier machen würdest. Und vor allem, die Frau würde ja dann nicht sagen, ach ja, stimmt, ja, ich fange jetzt doch wieder plötzlich an. Ich kenne ja auch ein gutes Beispiel von einem Bekannten von mir, der war auch mit einer zusammen, die ist immer stattlicher geworden. Und da hat es dann geheißen, ach, weißt du, ja, Schilddrüse und so weiter. Und er hat halt wirklich dann damals noch in seinem Blupill-Ideal versucht, offen mit ihr zu kommunizieren und weiß, oh, das stört mich so und ich werde da nicht so heiß, wenn ich da so die Fettschürzen sehe und lauter solche Geschichten. Und das ist natürlich dann, oh Gott, hochgradig beleidigend. Aber es ist ja dann auf der anderen Seite für die Männer das, was scharf ist, was interessant ist, will man ja auch immer wieder hier sehen. In Übereinstimmung mit der evolutionären Perspektive bevorzugen Männer Partner, die körperlich attraktiver sind als sie selber, während Frauen Partner bevorzugen, die in Bezug auf Einkommen, Bildung, Selbstvertrauen, Intelligenz, Dominanz und soziale Position besser waren als sie selber. Und das sehen wir ja auch kulturübergreifend, diese Dynamiken. Und dann müsstest du eigentlich, wenn du eine ehrliche Paartherapie hast, dann eben sagen, ja, Frau, ein bisschen attraktiver werden, dünner werden, wieder die feminineren Sachen auspacken und den Mann halt wieder auf diese Dinger fokussieren. Aber dann würde man ja ganz bösen Hass sagen. Und deswegen klappen diese Paartherapien auch nicht, weil sie hier eben, wie vorhin gesagt, die politisch korrekte Maulsperre drin haben. Und das ist ja auch so geil, da hört man dann oftmals, ja, ja, oh, ja, das Hypergamie, das gibt es ja gar nicht von den Hypergamie-Leugnern, weil sie ja sagen, ja, Akademiker und Akademiker kommen ja immer zusammen oder auf einem ähnlichen Level mit einer ähnlichen Jobbeschreibung. Was man da aber verkennt, ist ja, dass der Mann trotzdem meistens mehr Ambitionen, mehr Kohle hat, obwohl sie im ähnlichen Berufsbild sind, weil, wie die erste, wie Laia schon bösartig ein bisschen gesagt hat, Frauen studieren nur, um eben hier an die Männer ranzukommen. Aber das ist ja auch das Klasse, warum werden die Leute reihen in Deutschland, wie wir sehen, der dritte Hauptgrund ist eben durch Heirat und gerade bei Frauen sind es 21% aller, wo da wirklich Asche am Start ist, im Vergleich zu den Männern nur 3%. Beim Rest ist es Selbstständigkeit oder eben Erbschaft, was auch so krass ist, aber diesbezüglich immer unter den Tisch gekehrt wird. Kommen wir zurück zum Geschriebenen. Um den Elefanten im Raum anzusprechen, braucht es aber Mut und die Bereitschaft, Fehler einzugestehen. Doch es lohnt sich, denn selbst wenn der Konflikt noch nicht gelöst ist, werden Energien frei, sobald Gefühle und Probleme nicht mehr unterdrückt werden müssen. Und das ist ja das Problem, dieser hochgradige Emotionalismus, den wir da oftmals sehen. Deswegen auch der Punkt 2, dass man immer alle Gefühle ausdrücken muss. Oh ja, am besten sollen die Männer, ja, fehlfunktionierende Frauen endlich Frauen sein. Dann klappt das ja in der Beziehung, wie wir alle wissen, was aber halt leider völliger Schwachsinn ist. Und da sehen wir dann, gerade auch im Kontext, wenn die Dame jetzt so zugenommen hat, da ist es ja viel besser, wenn man diesen nicht ausgesprochenen Dialog macht, sich wieder auf seinen Sinn im Leben fokussieren, wieder am Status, am Aussehen arbeiten, Muskeln antrainieren, weil dann kommt dadurch als Nebeneffekt diese Wettbewerbsangst bei der Frau. Oh, warum macht er das jetzt spannend? Oh, verdammt, jetzt muss ich schon mithalten, weil da sind ja doch andere Damen auch noch da, mit denen man spricht. Und es muss ja nicht mal intentional, manipulativ aus dieser Sparte heraus sein, sondern halt eben, wie gesagt, nur eine Nebenkonsequenz. Und dadurch hat man die Chance, dass sich die Frau dann wieder anstrengt und halt auch an ihrer Ernährung, an ihrem Körper arbeitet. Weil, um nochmal die Story von meinem Kumpel abzuschließen, als sie dann nämlich auseinander waren und sie, weil sie ja nicht abgenommen hat und er das dann auf Dauer einfach nicht interessant fand, konnte, konnte sie plötzlich wieder, wie aus der Wunderkraft heraus, dieses Gewicht wieder abnehmen, weil sie wieder auf dem Datingmarkt war. Und da sehen wir, dass diese Rationalisierung mit meine Schilddrüse hier, genau das war, eine Rationalisierung und sie sich ihm zu sicher war, weil sie ja dann wieder auf dem Datingmarkt war, musste sie ja wieder leisten, dass sie wieder von den Männern ausgewählt wird, die sie auch scharf findet und dann klappt es dann plötzlich wieder. Komisch. Aber das wird ja auch nicht in der Paartherapie angesprochen, weil politisch viel zu inkorrekt. Im letzten Absatz lesen wir hier noch, dabei kommt es vor allem auf Emotionen an, der klassische Emotionalismus. Denn Empathie bedeutet nicht, rein rational die Perspektive einer anderen Person einzunehmen, sondern vielmehr die Gefühle nachzuempfinden, die sie in dieser Situation hat. Und das ist ja das, ja, oh, ich habe die jetzt so beleidigt, weil ich gesagt habe, ich finde dich nochmal scharf, weil du 20 Kilo zugenommen hast. Also bitte gleich wieder die Bedürfnisse hinten anstellen, hinter der Frau natürlich. Wichtig ist dabei nicht, sich selbst als Maßstab zu nehmen und sich klar zu machen, es gibt nicht die richtigen und falschen Gefühle. Denn auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, führt Empathie dazu, dass ein Dialog möglich bleibt. Und da gibt es auch wieder diese starke Diskrepanz zwischen dem Gesagten und dann letztendlich der Realität. Weil, was man ja hier aus dieser Studie in puncto Female Choice und männlichen Stoizismus sehen, ist, dass gerade, wenn Männer diese Emotionen rauslassen, dieses Verletzliche, oh, ich weiß nicht mehr, wie ich mit der Situation umgehen muss, der Leistungsdruck wird mir zu viel. Wenn man das eben der Frau sagt, vor allem mit einer, wo man sexuell involviert ist, dann führt das ultra krass zum drastischen Anziehungsabfall, weil die Frau dann wieder merkt, unbewusst, okay, ich könnte ja hier gefährdet sein, kann ja nur alle zehn Monate schwanger werden, deswegen brauche ich Schutz, deswegen brauche ich einen starken Stoizischen, man gerade für die Langzeitbeziehung, weil, wenn ich schwanger bin, brauche ich Schutz und da kann ich nicht einen zweiten Typen haben, der jetzt total unfähig ist, weil er ja so diesen Emotionalismus zeigt und dann führt es eben häufig dann dazu, wie man es ja hier markiert lesen, ja, für Langzeitbeziehungen die Stoizischen Männer, die, obwohl sie gesundheitliche Probleme haben, weiter arbeiten, ja, da sehen wir ja genau diese Dinger, die ja so signifikant hier sind und nicht thematisiert werden. Das Status auch ein hochgradiger Teilaspekt ist, der hier für Langzeitpartnerwahl mit reinfließt und wie ja schon oftmals auch in der Kurzzeitpartnerwahl dann wieder ersichtlich ist, dass dann viel mehr symmetrische Gesichter, Mesomorphikörper, also Muskeln, als Signale für Attraktivität bewertet werden und diese beiden Dinge am besten in einem Mann vorzufinden sind und natürlich haben Männer Probleme und Emotionen, die aufgearbeitet werden müssen, aber halt nicht in einem partnerschaftlichen Kontext, zumindest zu so einem starken Maße, man kann es natürlich dann anspenden, du, ich habe Probleme, aber ich gehe das gerade an, ich habe jetzt hier einen Psychotherapeuten oder wie ich ja für euch auch schon mal markiert habe, wie man als Mann seine Emotionen integriert, ohne dabei zur Frau zu werden, auch nochmal gerne hier oben, weil es sind ja Probleme, aber wie gesagt, führen drastisch zum Anziehungsverlust und führen bei sehr vielen Frauen zur Wüste unten im Keller. Leider Gottes auch nicht thematisiert von femininen korrekten Paarberatungstipps. Und da lesen wir auch schon das nächste, über-unter-auf-Augenhöhe, Punkt 3 der Klassiker, Partnerschaft auf Augenhöhe. Warum das eben so ein Bullshit ist, muss ich nicht wirklich nochmal beleuchten, ja, weibliche Selektion, Hypergamie, Hypergamma-Standard darf nicht unterlaufen werden, weil ansonsten Anziehungsverlust, aber das tun sie hier jetzt einfach lustigerweise umdeuten, lesen wir mal, das vierte Dialog-Element ist so wichtig, weil es sich fehlende Augenhöhe in allen scheiternden Beziehungen wiederfindet. Dabei wird sie meist missverstanden als ein Zauberwort, das alle Unterschiede zwischen Status, Alter, Identität oder Wissen unwichtig oder unsichtbar macht. Und das ist ja das Ding, weil gerade ja Frauen auf Status und vor allem das damit einhergehende Alter, ja, teilweise auch mehr ältere Männer wählen, weil damit natürlich mehr Kohle, Status und so weiter einhergeht und bei Männern schon ein bisschen mehr aufs jugendliche Alter, wegen der Fertilität gerade bei Frauen und daher ja schon niemals diese magische Augenhöhe eingehaltet werden kann, wie wir es ja vorhin schon gesehen haben, ja, wirtschaftliche Investition oder hier kulturübergreifend, dass Frauen gute Erwerbstätigkeit fokussieren und Männer körperliche Attraktivität. Natürlich wollen Frauen bei Männern für die kurzfristigen Aspekte auch diese körperliche Attraktivität, keine Frage, aber da siehst du ja schon, dass das Ding nicht aufgeht. Oder auch hier ja, die Heiratsraten sind Rückläufe, gerade von 2019, diese Studie. Frauen eben hier Männer wählen, die 58% höheres Einkommen haben. Das ist ja so geil, ne? Sie kommen zwar dann aus der gleichen beruflichen Klasse, aber der Mann hat trotzdem im Durchschnitt 58% höheres Einkommen. So geil. Und sind dann zudem natürlich auch 30% häufiger angestellt und haben 19% eher einen Hochschulabschluss. Das ist halt auch so ein Ding dabei, ne? Der halt dann da immer auch geleugnet wird in diesem Punkto der Hypergamie. Auf Augenhöhe versteht sie. Oder auch hier nochmal den Punkto Emotionalismus. Sich für Liebe und Wertschätzung entscheiden. Und da schreibt sie, gerade das Unverzeihliche zu verzeihen macht Liebe aus. Ja, das ist ja, wie es hätte sich der Will Smith direkt da gehandelt, ja? Die Frau hat eine Beziehung mit dem Freund ihres gemeinsamen Sohnes Und dann muss natürlich der Will Smith das Unverzeihliche verzeihen, wie wir alle wissen. Oder auch hier, wenn es Frauen machen, das ist doch völliger Bullshit. Du musst dich jedoch bewusst dafür entscheiden. Als es einer Patientin gelang, ihrem Mann, der sie vor einigen Jahren betrogen hatte, zu verzeihen, beschrieb sie ihre Erfahrung so. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Wer einmal betrügt, der merkt ja schon, ah, okay, die verzeiht mir, also ist ja viel mehr Spielraum, dass man das nochmal macht. Und hier eben ein wahnsinniger Vertrauensmissbrauch, der aus meiner Sicht nicht zum Fortbestehung der Beziehung führen sollte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich bewusst für die Liebe entscheiden kann. Das bedeutet nicht, dass ich meine anderen Gefühle verdränge. Es bedeutet aber, dass ich ihnen mit Liebe begegne, ja, einfach verzeihen, obwohl du hier hinterrücks in deiner Treue verraten wirst. Meistens ja noch schlimmer, wenn eine Frau fremd geht, weil da oftmals ja der andere Depp sein Kind reinjagen kann und der gehörende Ehemann hier dann der tolle soziale Vater, aka Depp, vom Dienst sein soll. Um mit mehr Menschen in deinem Leben in einen Dialog zu treten, kannst du üben, aktiv Liebe und Wertschätzung in dein Leben zu bringen. Mach dir in deinen wichtigsten Beziehungen den Wert deines Gegenübers bewusst. Äußere dann dieses Gefühl regelmäßig. Und das ist ja dann ein hochgradiges Problem, weil, wie vorhin schon erwähnt, erliebt mich, erliebt mich nicht, Ungewissheit erhöht die romantische Anziehung. Also wenn es kriselt, muss man ja hier eher zurückziehen und sich auf was anderes fokussieren, anstatt noch mehr auf den Partner zu gehen, weil das ja dann gegen das zielt, was man eigentlich möchte, dass er einen wieder mehr scharf findet. Und wenn du dann da hingehst und sagst, ja, oh, ja, oh, liebe, 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 dann kommt der Anziehungsverlust schneller als man hier, ich bin noch nicht so einer oder es sind noch nicht alle Frauen so sagen kann. Und nochmal ganz wichtig, hier geht es nicht darum, dass man nicht diese tollen romantischen Sachen sagen kann, sondern es geht ja darum, in welchem Kontext und in welcher Häufigkeit. Und das ist ja das, die sagen das die ganze Zeit, oh, wow, und Liebesbrief und das und diese ganzen Blue Pill Beta Sachen, die ja dann für Frauen diese Gewissheit zu sehr impliziert und wenn er dann in den anderen Sachen, was er intrinsisch scharf findet, nimmer gerecht wird, dann ist das ja noch mehr der Anziehungskiller, so wichtig und niemals thematisiert oder zumindest sehr selten von diesen Paartherapeuten. Und damit kommen wir nochmal zu weiteren Punkten, die jetzt hier nicht vorzuführen, waren aber oftmals auch ersichtlich aus den Kreisen der Paartherapie, nämlich dass man hier verhandelt und schaut, okay, ja, wie kann man sich denn treffen, irgendwo in der Mitte, Kompromisse, ach du Schatz, weißt du, müsste es ja bloß ein bisschen häufiger die Spülmaschine ausrollen, ein bisschen mehr die Wohnung putzen, der emanzipierte Hausmann sein, der ja so toll ist, was ich in der Brigitte gelesen habe. Aber wenn er das dann ist, dann findet sie ihn nicht scharf und wird nicht hier auf der feurigen Ebene von ihm angetan, weil sie ja vielmehr zu diesen toxisch dominanten Männern hingezogen sind, die ja eben proaktives Führen an den Tag legen, die wissen, was sie wollen, die ihnen einen höheren Ziel als sich selber hinterherjagen und nicht dann sich betaisieren lassen, weil das ist ja dann oftmals so ein Konkurrenztest, ja, ach du Schatz, mach mal das und so weiter und tue Spüle ausräumen und dann gehen die das auf dieser logischen Ebene in der Paartherapie an, währenddessen das ja ein unbewusster Fitnesstest von der Frau ist, um zu schauen, ob er dem auch wirklich nachgeht, weil sie dann weiß, oh, okay, Beta, ja, wo kann ich die Scheidung ausfüllen? Und das ist ja auch so feminin inkorrekt, aber trotzdem sehr, sehr häufig auch in der Realität vorzufinden und das muss man ja wissen, gerade als Mann, damit man hier dann nicht der Gepeitschte ist, wenn man schon der Gepeitschte in der Beziehung ist, wenn man hier noch was rausreißen möchte und damit zum letzten Punkt, dass man dann auch noch so weit geht und den Bunker im Kalender timet, ja, Anziehung ist nicht verhandelbar, diese intrinsische feurige Anziehung ist viel besser, wenn es dann einfach so passiert ist und, oh, Giovanni, oh mein Gott, du hier, das wusste ich ja gar nicht und so weiter. Das finden ja die Frauen scharf, wenn diese Ungewissheit da ist, diese emotionale Achterbahn, auch hier ein Geheimtipp, wenn man Frauen als emotionale Eintagsfliege sieht, die man täglich aufs Neue verführen muss, dann kann das in Beziehungen klappen, weil das ja auch einfach, leider so der Wahrheit entspricht, auch wieder ein Punkt, der niemals oder sehr selten angesprochen wird und gerade im Kontext der sexuellen Anziehung so relevant ist, dass man dann eben mal außer Haus geht, was mit anderen macht und nicht so, wie man von vielen Männern dann aus seinem Freundeskreis und so weiter auch sieht, dass sie nur noch 24-7 mit der Freundin aufeinander hocken, auch sehr ungut, weil Feuer braucht Luft zum Atmen und was passiert, wenn hier keine Luft mehr da ist, ja, das Feuer geht aus, die Anziehung geht aus und vor allem dann die Sexualität ist ja so hochgradig wichtig in der Beziehung, weil die ja wieder Bindungscocktails und all diesen Spaß ausschüttet und in einer getimten Art und Weise ist es ja auf Dauer langweilig, dann haben sie keine Lust, dann haben sie wieder Kopfweh und so weiter und so fort, deswegen die emotionale Achterbahn viel mehr fokussieren, indem man sich wieder auf sein Leben fokussiert und diese anderen Statusaspekte als Mann fokussiert und in das Ziel setzt, weil dann kommt die Frau tendenziell viel mehr von sich raus und sagt so, oh Gott, den muss ich halten, weil Frauen nutzen Bunga, um Beziehungen zu sichern, als Faustregel, Männer benutzen Beziehungen, um Bunga zu sichern und das ist ja dann oftmals auch so ein Schema, was wir hier viel häufiger sehen und wenn man hier nicht schon zu sehr die Beziehung abgeschlossen hat, damit weitaus mehr erreichen kann, als mit jeglicher Paartherapie, wo hier immer wieder dieser Blupe-Schwachsinn erzählt wird, weil es eben in der Masse nicht funktioniert und damit hoffe ich, dass ich euch den Hass mal wieder näher bringen konnte und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat seich!